Ja, ja. Okay. Also, der Strohhut. Dann sag ich hier doch zwei. Bitte dahin. So, du kannst eigentlich dahin kriechen. Ja, ja, war so klar. War so klar. Und T. Gut, wunderbar. Zwei. F5. So, zack. Wo ist die nächste Wache? Sehe ich nicht. Okay. Dann darfst du mal dahin gehen. So. So. So, und dann geht's da rein. Und F5. Und dann schauen wir mal, was das da sagt. Ausgezeichnet, sagt das. So. Wo gehst denn du hin? Wir gehen mal da rein. Und der geht nach da oben. Gut. Oder auch nicht, aber zumindest schon mal etwas. So, das heißt, Hayato. Bitte kriegst du auch mal... Ähm, nicht Hayato. Hayato. Kriegst du bitte auch mal da rein. Und Takuma, speichern wir schnell. Du darfst auch mal da rein kriechen. Ich hoffe, der macht nicht zu viele Geräusche im Krieg-Modus. Aber es sieht gut aus. Okay. Die haben wir hinter uns gelassen. So, dann sind wir da und da. Und wo ist Yuki? Da ist Yuki. Bitte. Okay. Was haben wir hier? Okay. Da haben wir unsere Granaten, wenn ich das richtig... Ne, unsere Lundenschlosspistolen. Und was ist das? Ah, Zubehör von uns. So, wie es aussieht. Okay, der hat unsere lustige Springfalle. So, Yuki, es tut mir leid, aber du wirst so zwei, drei Zivilisten beseitigen müssen. Da ist ein Samurai. Wo schaut der hin? Okay. Also, dann kommen wir hier raus, Yuki. Was ist das für ein Achtes und Zivilist? Den will ich natürlich verpassen. Das heißt, der soll wieder abhauen, bevor ich die Wache da hinten beseitige. So. Der geht irgendwo hin. So. Was auch immer das ist. Da war doch gerade was. Ah, der Samurai. Der Samurai, der unten noch durch irgendwelche Türen springt. Kommt er wieder. Ja. Gerade ein bisschen ungünstiges Timing, würde ich sagen. Der Zivilist. Gerade eben warst du noch ein bisschen besser. Naja, gut, wenn das aber sich so schnell verändert hat, dann bedeutet das... Dann bedeutet das... ...dass es nicht zu lange dauern sollte, bis... So, jetzt können wir speichern. Ich denke, jetzt haben wir ihn erledigt. So. Da. Mitnehmen. Hier rein. Mitnehmen. Hier hin. Okay. Dann gehen wir da rein. Und ich hoffe, er sieht die... Als Zivilist achtet er da nicht so drauf. Genau. Wunderbar. So, jetzt würde mich interessieren. Was hat sie erzählt? So. Aiko-san, wir kommen. Wunderbar. Das machen wir wirklich. Wie gesagt, also diese... ...diese Sichtgrad ist ein bisschen ungünstig. So. Der Zivilist hängt natürlich vor diesem Schrein rum. Das ist mir auch klar. So. Da ist der. Okay. Eins. Du darfst hier unten raus. Du darfst hier unten raus. Ja, 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 ja. Bla, bla, bla. Okay. So, Hayato. Warte mal. Och, nee. Mann, Mann, Mann. Habe ich nicht gespeichert. Das ist echt lächerlich. Okay. Du darfst da liegen bleiben und durchs Tor. Ich finde es immer noch ein bisschen lächerlich, dass man sie da nicht mitnehmen kann. Die Leichen, aber... Okay. Weil ich sie halt ganz gerne hier unten ins Tor getan hätte. So. Er schaut sich da um. Hier können wir irgendwie nach oben. Ich bin. So. Da ist jetzt die Frage, wie mache ich denn weiter? Da ist eine Unkleide, da ist die Falle. Okay, wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Da sind die beiden. Da ist Hayato. Oh Mann, da kann ich echt froh sein, dass der da nicht rüber guckt. So. Da ist Hayato. Ja, das habe ich mitgekriegt. Was ist denn hier? Da ist der tote Königssohn. Da ist die Falle. Irgendwo muss ich doch die Gegenstände einsammeln können. Ich meine, ich verstehe es eh nicht. Die Leute sind alle bewaffnet. Wieso kann ich die nicht umbringen und deren Waffen nehmen? Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ja, das habe ich mitbekommen. Roliyukis kleine Falle zurück. Das habe ich auch verstanden. Verbündet, verbündet, verbündet. Der ist nicht verbündet. So, dann speichern wir mal. Blundenschloss. Ja, ja, das habe ich auch verstanden. So, der ist da, der ist da. So, der schaut sich da um. So, dann kannst du mal da runter springen. Ich probiere es einfach nur aus. So. Was ist da? Ne, 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 das interessiert mich gerade gar nicht. Was mich interessiert ist, speichern. So, wir können den B mal wieder ausschalten übrigens. So, das können wir nochmal ausprobieren. Einfach aus Neugier. So, der macht wieder seine Patrouille. Ja, ja, ja. Dann geht er wieder zurück. Nö, okay, da ist gar nichts. Da ist nichts mehr. Das heißt, er kann wieder standardmäßig seine Patrouille laufen lassen. Wie gesagt, ich... Da ist Ausrüstung von ihr. Habe ich... Habe ich das Messer vergessen von... Da ist die Flöte. Da ist die Flöte. Ah, guck mal. Das ist doch das alte Versteck. Seht ihr das? Das hier ist die Mauer. Das ist das da. Da sind wir ursprünglich rein. Okay, also... Gut.